hallo und willkommen zurück zu Let's Play Grand Theft Auto 4 mit mir Demara G und jetzt müssen wir jetzt müssen wir den Roman retten das wusste ich gar nicht immer wieder der Typ heißt mit unserem amerikanischen Wagen oh ich liebe diese Maskelkass Muskelkass Maskel Muskel wo ist dieser Pisser von Roman der ist über Scheiße der ist überall der Roman und die Tür ist weg ich habe einen Blick gekappt oh man der kann auch nicht fahren heutzutage was willst du eigentlich Leute ja so will ich es haben na das sind Bands ne das gibt's doch nicht packe ich genau hier rein okay ohne den zu berühren schon berührt und so fahren wir zu Romen 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 dreckiger Baum echt 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 nicht das brauchen wir uns so hier drin da steht der Niga doch ich würde sagen wir packen ist auf dem Spielplatz ach der ist da hinten drin das heißt das ist ein Taxi wo ist das jetzt wo ist das jetzt äh ja war rommel auf dem Boden ja wohl das heißt die gar drei die sind die sind die 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 sind die 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 Prozent ein paar Wurzeln ein Kultus nach uns zu legen Rohrrohr jetzt jetzt gibt es nicht kam was willst du ich bin ich kann hier Karate ich kann alles ich kann Tegmann durch kann Karate ich kann Jujutsu ich kann kickboxen auch Boxen hier siehst du es alter Kuh sogar treten ne doch Kurs reden guck Bartz Kreuzplatz Bartz Kuck vor Knacken schlag den Kalem zusammen schützt Hobby Gangs oder was okay er zeigt mir das war blocken die Leute das wusste ich gar nicht er ist er wieder trotzdem verreckt doch und der da hinten dieser Raum und immer mit mit seinem großen Maul ganz zöte lücke dich damit an liegt der er selbst auf dem Boden der Typ der Frau und ich ist dich Roman das eine mit einer Katana und ich seite hat sie schon wieder mal tun erst der scheiß taxi steig in ruhe mit zwar ich war in mainster man es war weg rennt doch nö nein ah komm Perfekt Ich verliere den jetzt ich verliere den locker ja der fresse fahrt selber perfekt ich habe noch nicht verloren der ist hier durch ich okay der Fehler Zeiten auf der Fälle Leuchttag kommen jetzt heute ist richtig um bleibt los stehen bleibt aber nur stehen die jetzt gibt nitro nitro los wirst du mich flaxen nicht so jetzt kommt hinterher jetzt kommt ja jetzt wird so ein scheiß arsch los oder ist er kommt gibt aber gute scheiß taxi man jawoll war das absicht von dir wo ist denn der jetzt lang da okay hier waren noch daran hat ein wagen verlassen er fliegt zur zu fuß bei der treppe ich da schon zu fuhr oder so ein scheiß hier kann auf der stelle hoch so kriegen wir den nie wenn er so langsam hochläuft diesen fässer was cantana was willst du mit der katana ich habe die idee ich schob jetzt einfach aus dem fenster alter loll loll was aber du keine hohe jetzt reicht es mir jetzt geh mal raus jetzt so wo ist der wo ist der da wenn sie ja wir haben der cantana x das boot wo ist der roman roman ich habe lieferung für dich deine waffe und die die machen echt für zu Ich bin der Adriatik. Ich glaube, dass ich ihm Geld verdammt, wenn ich nicht. Das machte mein Leben nicht möglich. Ich habe ihn nicht verhindert. Hast du ihn mit ihm wie du Darden und Bleeder gemacht hast? Er hatte zu viele Verbindungen für das. Ich musste weg. Er ist einer der Grund, warum ich hierher kam. Und zu sehen deinem Cousin? Natürlich. Natürlich. Wir werden keine Probleme mehr von jetzt, Cousin. Es ist alles Plane-Sailing, straight nach dem Top für dich und ich. Wir werden sehen, ob es so einfach ist. Ah! Oh, perfekt. Cousin. Bitte, bitte, bitte. Kein Problem. Jawohl, bis 50 Dollar. Dankeschön. Ich sehe noch einen geil-Kader in der Nähe. Oh, das ist ein Evo. Unsere Evo-Mod. Ich hoffe, dass es nicht dieser Evo, der so ein bisschen Scheiße lenkt, weil ich habe hier zwei Stück drin. Einer der bisschen Scheiße lenken, einer der etwas geiler lenkt. Und das ist der, das ist der, der geil lenkt. Perfekt. So, das würde ich sagen, wir sehen uns dann nächstes Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Grand Tech Auto 4 mit mir, dem Araki. Bis dahin und tschüss. Einer checking.